Das ist Anna. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und arbeitet an einer deutschen Uni in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt. Dabei kooperiert sie mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. Bisher fand die Kommunikation per E-Mail statt und auch Texte wurden mittels E-Mail hin und her geschickt. Problem dabei? Unterschiedliche Textversionen, lange Wartezeiten aufeinander. Das ist kompliziert und zeitraubend. Anna ist froh, dass sich das nun ändert. Denn sie arbeitet in ihrem aktuellen Projekt mit den digitalen Forschungsinfrastrukturen Daria.de und Textgrid. Hier kann Anna ihre Forschungsergebnisse bearbeiten, ebenso wie Geisteswissenschaftler anderer Disziplinen weltweit. Es stehen viele Tools bereit, um die Daten zu sichern und um effektiv mit ihnen arbeiten zu können. Aus vielen einzelnen Projekten wird ein großes Ganzes. Aus analog wird digital. Ab sofort wird kollaborativ gearbeitet. Das hat viele Vorteile. Anna kann jetzt gemeinsam mit Kollegen an einer Sache forschen. Dadurch können Themen vertieft und ein aktiver Austausch befördert werden. Beispielsweise kann ein Historiker wertvolle Informationen zum zeitlichen Kontext bereitstellen, welche Anna bei ihrer literaturwissenschaftlichen Forschung weiterhelfen. Ein weiterer Pluspunkt. Anna kann nun ortsunabhängig arbeiten. Häufig sitzen Forscher an unterschiedlichen Orten auf der Welt und arbeiten an einer Forschungsfrage oder ähnlichen Themen. Über Daria.de oder Textgrid können sie sich nun austauschen und besser vernetzen. Kollegen können schneller auf Teilergebnisse schauen und ihre Meinung und Hilfe dazugeben. Zusätzlich können alle parallel und rund um die Uhr arbeiten, denn die Daten und Tools stehen ihnen immer zur Verfügung. Sorgen um Datenverlust muss sich dabei niemand machen, denn die Daten sind sicher gespeichert. Außerdem ist es Anna möglich, effektiver zu arbeiten. Durch vielfältige Tools und Hilfsprogramme wird die Arbeit erleichtert. Beispielsweise musste Anna Begriffe früher in der Bibliothek nachlesen und dazu ihre Arbeit unterbrechen. Jetzt kann sie zum Beispiel in digital aufbereiteten historischen Wörterbüchern sofort nachschlagen und ihren Kollegen gleich ihre Interpretation zur Verfügung stellen. Anna freut besonders, dass die Tools, die sie entwickelt hat, zukünftig auch von anderen Wissenschaftlern genutzt werden können. Es ist möglich, sie anzupassen und für die eigene Forschung zu verwenden. So verstauben ihre bisherigen Ergebnisse nicht einfach, sondern haben weitere Nutzen, auch für andere Kollegen. Dabei ist Anna auch das Thema Interdisziplinarität wichtig. Mehrere Disziplinen können die Infrastruktur von Daria.de und Textgrid nutzen und bestenfalls sogar gemeinsam eine Forschungsfrage bearbeiten. Dank der Bandbreite an Tools und Forschungsdaten und der gemeinsamen Arbeit können neue Entdeckungen gemacht werden. Anna und ihre Kollegen freuen sich auf das neue kollaborative Arbeiten.